Hi Leute, ich habe heute eine Bio-Zone-Walk oder eigentlich nur eine Bio-Mini-Map gebaut und diese werde ich morgen zeigen. Die ist noch nicht ganz fertig, dann gucken wir, wie ihr sie findet. Also ich finde sie nicht so gut, aber ja, wir gucken. Nur mal einen Kanal, kleiner Spoiler für morgen. Bis dann.